Die Betriebstemperatur steigt, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl. Und dieser Wahlamt verspricht einen sehr spannender zu werden. Wir haben eine Situation, dass sich drei Kandidatinnen und Kandidaten für das Kanzleramt interessieren. Wir haben eine Vielzahl von Koalitionsmöglichkeiten. Wir erwarten aber auch eine Richtungsentscheidung oder Richtungsentscheidungen in verschiedenen Themen, in Themen der Verkehrspolitik, der Sozialpolitik. Und darüber möchten wir heute sprechen mit Martin Burkhardt. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und genau der richtige Mann für genau diese Themen. Dann würde ich jetzt mit dir gerne über das Thema Bundestagswahl sprechen, wie schon eingeleitet. Wir haben uns mit der Bundestagswahl und ihren Themen schon seit Wochen, seit Monaten sehr intensiv befasst als EVG. Wir haben PolitikerInnen aller Parteien, aller demokratischen Parteien, sage ich an der Stelle mal, eingeladen in unsere Gremien. Wir haben Anforderungen definiert an die Parteien. Wir haben Wahlprüfsteine verschickt. Wir haben die Wahlprogramme analysiert. Wenn das mal so ein bisschen Revue passieren lässt, unsere Auseinandersetzung mit den Programmatiken. Wie zufrieden können wir sein mit dem Angebot der demokratischen Parteien in Deutschland? Es zeigt sich erstmal, dass wir gut beraten waren, sehr frühzeitig, sage ich mal, unsere Anforderungen an die Bundestagswahl zu machen und zu veröffentlichen, die Weichen zu stellen, so wie wir das uns vorstellen in der Schienenpolitik und in der Verkehrspolitik. Und die Parteien befassen sich damit. Und wir sind nicht umsonst eingeladen auf viele Diskussionsrunden mit den Parteien. Wir führen auch selber welche durch. Auch international schaut man darauf, was passiert verkehrspolitisch in Deutschland. Und da haben wir einen klaren Kurs. Wir hatten ein Ereignis in diesem Sommer, das uns alle sehr mitgenommen hat, nämlich das Hochwasser im Mitte Juli in einigen Teilen Deutschlands, in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Dieses Hochwasser hat, glaube ich, vielen auch noch mal vor Augen geführt. Der Klimawandel ist da. Also den kann man jetzt schwerlich noch irgendwo hin diskutieren oder irgendwo in fernen Weltgegenden verorten. Wir haben ihn hier. Und es heißt natürlich, Klimaschutz wird ein Top-Thema der nächsten, der übernächsten, der nächsten Bundesregierungen sein. Wenn man sich die Programme daraufhin anguckt, was haben die Parteien im Angebot zum Thema Klimaschutz? Ja, eins steht fest, das Erreichen der Klimaziele wird es nur mit der Schiene geben. Das wird auch nicht mehr bestritten. Jetzt hat man eine unterschiedliche Herangehensweise. Und ich glaube, das Jahrhunderthochwasser, wir hoffen mal, dass es wirklich nicht ständig in Deutschland passiert hat, hat uns jetzt vor Augen geführt, was der Klimawandel anrichten kann. Und er ist menschengemacht. Auch das wird ja nicht mehr bestritten. Und es sind auch viele Eisenbahnerinnen und Eisenbahner massiv betroffen. Auch die Infrastruktur im Übrigen. Aber wir stellen auch fest, und es freut uns, dass der Zusammenhalt, dass über 2000 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner da mitgeholfen haben in den Flutkatastrophengebieten, dass eine riesen Spendenbereitschaft da ist, das zeigt, dass man zusammenhält. Wir sagen ganz deutlich, die Schiene muss Verkehrsträger Nummer eins werden. Wir brauchen die Verkehrswende hin zu einer Schienenpolitik, die nicht nur aus Worten besteht, sondern endlich auch als Taten. Und das erwarten wir von der nächsten Bundesregierung. Wenn du das vielleicht nochmal ein bisschen untermauern oder qualifizieren kannst. Es reden ja viele Politiker immer davon, dass die Schiene doch gefördert werden müsste. Meistens sind das Reden, die am Sonntag gehalten werden. Und von Montag bis Freitag fließen viele Gelder in den Autobahnbau. Was konkret muss die nächste Bundesregierung anpacken? Also man muss ganz klar deutlich sagen, dass das Reden nicht mehr langt. Alle sorgen mehr Güter auf die Schiene. Sagt ein Güterzug, er setzt 52 LKWs in diesem Land. Wir brauchen eine Schienenpolitik im Güterverkehr. Wir brauchen einen Umstieg im öffentlichen Personennahverkehr, aber auch im Schienenpersonennahverkehr, im Fernverkehr. Wir brauchen mehr Geld für die Schiene. Wir fahren auf einer Infrastruktur, die sehr, sehr alt ist, oft weit über 100 Jahre alt. Und deswegen braucht es mehr Geld. Und es braucht vor allem mehr Geld, wie es bisher in die Straße geflossen ist. Und da haben wir ganz klar gesagt, 3 Milliarden, 4 Milliarden im Aufbau, um das Mindeste zu erreichen. Eigentlich bräuchte man das Doppelte, wenn man den Klimawandel, der eingesetzt hat, noch verhindern möchte. Du hast die Infrastruktur angesprochen. Wie ausgelastet die Infrastruktur ist, das sieht man unter Umständen auch im Hintergrund. Unseres Gespräch ist, wir stehen hier vor dem Bahnhof Hackescher Markt in Berlin. Hier fährt die S-Bahn, hier fährt die Regionalbahn, hier fährt auch der ICE durch. Also man sieht schon, wie du sagst, die Infrastruktur ist sehr gut ausgelastet und mehr Verkehr auf die Schiene heißt natürlich erster Linie mehr Infrastruktur. Ein Top-Thema, das wir als EVG beackern, ist die Zukunft des integrierten Bahnkonzerns. Warum ist dieses Thema für uns so wichtig? Beim integrierten Konzern der Deutschen Bahn gibt es für uns keinen Verhandlungsspielraum und keine Kompromisse. Nicht wegen des Konzerns, sondern wegen den Beschäftigten im Konzern. Dieser integrierte Konzern sichert auch Beschäftigung bei sehr guten Tarifverträgen, die wir abgeschlossen haben. Wir haben ein bahninternes Arbeitsamt mit DW Jobservice. All das wird, glaube ich, in der öffentlichen Diskussion oft vergessen. Und wenn man heute hergeht und wie in Großbritannien versucht, auch in anderen Ländern ist immer misslungen, den Bahnkonzern zu zerschlagen, dann würde der gesamte Dienstleistungsbereich anderweitig eingekauft werden, zu welchen Tarif- und sozialen Bedingungen und Standards auch immer. DW Cargo wäre über Nacht insolvenzgefährdet. Und das alles gilt es zu verhindern. Da haben wir in Europa dafür erfolgreich gekämpft, dass es eben einen integrierten Konzern geben kann, also die Infrastruktur mit dem Personen- und Güterverkehr, mit dem Dienstleistungsbereich bis zur Sicherheit. Und das hat sich bewährt. Und andere Länder handeln ja jetzt ebenfalls wieder so. Wir führen diese Diskussion ja auch, weil sie aus dem politischen Raum wieder aufgetaucht ist, sozusagen. Wir hatten sie ja lange Zeit in der Form nicht. Aber es gibt schon Parteien, die sozusagen dann auch die Trennung von Netz und Betrieb da wirklich auf ihrer Agenda haben. Ja, wir haben die Wahlprüfsteine an die Parteien gesendet. Da gibt es klipp und klare Ansagen. Ich freue mich sehr, SPD beispielsweise, auch die Linke, die eine Trennung nicht möchte, bei der CDU differenziert. Der Beauftragte der Bundesregierung, CDU, möchte keine Trennung von Farbig und Betrieb. Die Partei ist da im Wahlprogramm aber nicht ganz hundertprozentig fest. Auch die Grünen haben es nicht mehr im Wahlprogramm stehen, haben aber in der Bundestagsfraktion noch die Richtung hin zur Trennung von Farbig und Betrieb. Bei der FDP ist die Zerschlagung an der Tagesordnung. Die möchten den deutschen Bahnkonzern zerschlagen. Und das haben wir auch unseren Mitgliedern so weitergegeben. Vielleicht hilft es bei der Wahlentscheidung. Ein anderes Top-Thema, das du auch bergst mit deinem Team, ist die Sozialpolitik. Da könnte man sicherlich auch sehr viel jetzt drüber reden, weil das ist natürlich ein sehr differenziertes Thema. Da geht es um Gesundheit, um Pflege, um die Alterssicherung. Ich möchte ein Thema rausgreifen, das letztgenannte die Rente. Wir haben unmittelbar vor der Wahl, also nicht nur wir, sondern sozusagen der DGB insgesamt mit seinen Mitgliedsgewerkschaften, nochmal einen Aktionstag, wo wir nochmal auf das Thema sichere Rente hinweisen. Was erwarten wir von der Bundesregierung bei diesem Thema Alterssicherung von der nächsten Bundesregierung? Ja, bei der Sozialpolitik, vor allem bei der Rente, gibt es differenzierte Aussagen. Also die FDP möchte eine Aktienrente einführen. Das wollen wir nicht als Gewerkschaften. Wir wollen stabile Renten, ein Rentenniveau oberhalb 48 Prozent. Wir haben eine lange Diskussion auch in der EVG dazu geführt. Und für uns sind auch die Betriebsrenten ein ganz wichtiger Bestandteil. Da verhandeln wir auch gerade mit der Deutschen Bahn AG darüber. Also von daher auch keine Altersanhebung. Auch das ganz deutlich gesagt, der Schritt hin zu 67 war für die Gewerkschaften schwieriger. Aber auch da haben wir die Positionen veröffentlicht. In der Sozialpolitik gibt es einen zweiten Punkt, es ist Gesundheit. Hier stehen wir ja auch zu einer Bürgerversicherung. Wir schützen den Teil der Beamtinnen und Beamten, die heute noch da sind. Natürlich in der KVB, in der privaten Versicherung. Aber der neue Weg muss in eine Bürgerversicherung und Gesundheit auf hohem Niveau auch bezahlbar zu machen. Da haben wir heute schon große Probleme. Denken wir an die Pflege, die ein Top-Thema ja auch im Bundestagswahlkampf ist. Und der dritte Punkt, der uns besonders wichtig ist, ist bezahlbarer Wohnraum. Vor allem in den Ballungsräumen. Das geht von München über Frankfurt, Stuttgart bis nach Hamburg hoch, wo Wohnraum fast nicht mehr bezahlbar ist. Wir haben jetzt einen Wohn- und Mobilitätsfonds gegründet als EVG. Wir haben den Tarifverhandlungen auch mit vielen Millionen füllen können. Und unterstützen unsere Mitglieder jetzt, gerade in diesem Bereich Wohnen und Mobilität finanziell. Weil in den Ballungsräumen wird es in der Tat immer schwieriger, vernünftigen, günstigen Wohnraum zu bekommen. Und das ist ein großes Anliegen von uns und da bleiben wir auch dran. Wir vertreten als Gewerkschaft natürlich schwerpunktmäßig Beschäftigte der Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen. Aber wir haben auch Seniorinnen und Senioren unter unserer Mitgliedschaft. Und auch unsere Seniorinnen und Senioren haben sich sehr intensiv mit den Wahlprogrammen befasst. Und haben auch da mal reingeguckt, was ist speziell für Sie im Angebot. Und da mussten wir leider feststellen, da gibt es nicht viel. Ja, wir sind hier beim Deutschen Gewerkschaftsbund am Hackischen Markt. Das ist auch gut so. In der Seniorenpolitik kämpfen wir auch im DGB für stärkeres Engagement für Seniorinnen und Senioren im Land. Es findet ja bald die Seniorenmesse in Hannover statt. Und wir wissen, dass die Demografie ja sehr viele Senioren in der nächsten Zeit bringen wird. Die ganzen geburtenstarken Jahrgänge werden folgen. Und ich glaube, Seniorinnen und Senioren müssen Gehör finden. Und da bin ich stolz auf unsere Senioren in der EVG, die es wirklich geschafft haben, im Bundestagswahlkampf mit den Forderungen auch gehört zu werden. Das ist eine tolle Geschichte und da sind wir Vorreiter bei den Gewerkschaften. Ich sagte eingangs schon und wir haben es auch mehrfach angesprochen. Jetzt, wir haben Wahlprüfsteine versendet und wir haben uns die Wahlprogramme sehr intensiv angeguckt. Und ich habe auch, oder wir haben auch klar definiert, die Programme der demokratischen Parteien. Wir haben die AfD nicht gefragt. Simpel an dich die Frage, warum nicht? Also zur AfD, da gibt es nur klare Kante, rechtspopulistische Parteien. Auch Rechtsextremismus wird von uns abgelehnt. Wir haben einen Unvereinbarkeitsbeschluss gefasst als EVG. Wir dulden auch keine Funktionäre, die bei der AfD sind und tätig sind, sondern wir sagen ganz klar, mit denen reden wir nicht. Ich freue mich, dass die Gewerkschaft der Polizei, die mir jetzt gefolgt ist. Also alles, was Rechtsextremismus angeht, Rechtsextreme und rechte Strömungen, ist mit der EVG unvereinbar. Und das haben wir deutlich gemacht und auch in den Wahlprüfsteinen. Mein persönlicher Wunsch, wenn ich einen hätte, wäre schon, die haben im Bundestag nichts zu suchen. Wir wollen uns dazu beitragen, dass es nicht noch mehr werden, sondern eher wieder viel, viel weniger. Dann hätte ich abschließend noch eine Frage, Martin, an dich als natürlich Gewerkschafter, aber auch als alten politischen Fahrensmann und auch simpel als Bürger. Ich gebe noch diesen Spruch, stell dir vor, es ist Wahl und niemand geht hin. Wir haben nun auch viele junge Menschen, die das erste Mal ihr Wahlrecht in Anspruch nehmen können. Warum sollte man am 26. September zur Wahl gehen? Also wir leben in einem Land, wo Wahlen Grundrechte sind. Sie sind freiwillig, aber man sollte dieses Grundrecht des Wählenkönnens auch nutzen. In anderen Ländern, das sehen wir jeden Tag über die Fernsehbilder, ist das nicht möglich. Und ich freue mich, dass hoffentlich auch wieder viele junge Menschen das erste Mal zur Wahl gehen. Ich glaube auch, die erhöhte Briefwahl wird dafür sorgen, dass die Wahlbeteiligung am Ende hoffentlich steigt. Und ich sage immer, wer nicht wählen geht, hat auch kein Recht hinterher zu diskutieren, wenn Entscheidungen dann durch eine Bundesregierung getroffen werden. Sondern wählen gehen ist oberstes Gebot. Und ich hoffe, viele Eisenbahnerinnen und Eisenbahner machen von ihrem Wahlrecht auch reichlich Gebrauch. Klare Worte vom stellvertretenden Vorsitzenden der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft. Ich sage einfach, Martin, vielen Dank. Gerne allen noch einen schönen Tag und eine gute Zeit und wählen gehen.